Papageifische Skaride, Größe 20-100 cm Papageifische sind Brustflossenschwimmer und schlagen mit beiden Brustflossen gleichzeitig. Die Schwanzflosse wird nur zur Steuerung benutzt. Diese Schwimmweise haben sie mit den Lipfischen gemeinsam. Das Maul der Papageifische ist zu einem Papageischnabel umgeformt, mit dem sie Algen von Korallen und Felsen abschaben. Der Papageischnabel gab der Familie ihren Namen. Papageifische Skaride, Größe 20-100 cm Papageifische sind Brustflossenschwimmer und schlagen mit beiden Brustflossen gleichzeitig. Die Schwanzflosse wird nur zur Steuerung benutzt. Diese Schwimmweise haben sie mit den Lipfischen gemeinsam. Das Maul der Papageifische ist zu einem Papageischnabel umgeformt, mit dem sie Algen von Korallen und Felsen abschaben. Der Papageischnabel gab der Familie ihren Namen.